Nach langer Zeit habe ich mich dazu überredet, mal wieder ein neues Video zu machen. Das habe ich mir aber nicht einfach so überlegt, sondern da es zur Zeit einen extremst nicen Fortnite Mythos gibt, dachte ich mir, ich könnte ihn ja mal komplett und verständnisvoll für alle erklären. Seit gut zwei Wochen sieht man in Fortnite am Himmel ein seltsames blaues Licht, was die Spieler zuerst nicht zuordnen konnten. Aber von Update zu Update wurde dieses blaue Licht immer größer und größer, bis es dann die Form eines Kometen annahm. Deswegen nahmen viele Spieler an, dass dieser Komet irgendwann auf die Fortnite-Welt stürzen wird und einen Teil der Map zerstören wird. Das ist eine zu Recht festgestellte Vermutung, da in Fortnite ja bald auch Tilted Towers entfernt werden soll. Nach diesem zuvor erwähnten Updates wurden auch auf einigen Bergen mehrere Teleskope platziert, die in den Himmel schauen. Aber das ist ja bei Teleskopen jetzt nichts verwunderliches, ne? Denn jetzt wird es interessant, denn alle Teleskope zeigen auf den Kometen und in der Reflexion auf der Linse des Teleskops erkennt man ihn auch noch. Daraus können wir erstmal Schluss folgern, dass die Teleskope nicht einfach aus Lust und Laune dahingestellt wurden und der Komet doch eine etwas größere Rolle spielen könnte oder beziehungsweise spielt. Jemand hat sich in die Fortnite-Files reingehackt und entdeckt, dass dieses blaue Licht tatsächlich den Pfeilnamen Komet trägt, das ist aber noch nicht alles, was er dort gefunden hat. Aber dazu kommen wir natürlich gleich noch. Denn ein Spieler hat den Entwicklern eine E-Mail geschrieben und darin gefragt, was es denn jetzt mit diesem blauen Licht beziehungsweise dem Kometen auf sich hat. Daraufhin haben sie noch mit diesem Bild geantwortet. Und für die Leute, die nicht wissen, was dieser Meme bedeutet, er bedeutet Aliens. Aber kommen wir jetzt erstmal zu etwas anderem. Vielen ist aufgefallen, dass der Playstation-Controller öfters mal einfach vibriert, obwohl im Spiel gerade nichts wirklich Interessantes passiert. Aber jemand auf Reddit scheint jetzt herausgefunden zu haben, woran das liegt. Und zwar soll dieses Vibrieren Morse-Codes darstellen und wenn man diese Morse-Codes übersetzt, erhält man folgendes. SOS D5 418. Da jeder weiß, was SOS heißt, muss ich das nicht groß erklären, aber was heißt D5? Wenn man sich die Fortnite-Map mal genau ansieht und schaut, was hier auf D5 befindet, sieht man, dass dort Tilted Towers liegt. Soweit so gut. Aber was bedeutet jetzt 418? 418 könnte ein Datum sein, und zwar der 18.04. Und wann ist der 18.04.? Genau, am Mittwoch. Also könnte es sein, dass Tilted Towers am 18.04. zerstört wird oder etwas anderes passiert, was aber noch niemand von uns weiß. Jetzt kommen wir erstmal auf die zweite Pfeil, von der ich euch noch erzählen wollte, zurück. Und zwar ist das eine Art Ei. Und da die Entwickler diesen Alien-Meme als Antwort auf die Frage mit dem Kometen geschickt haben und das der erste Pfeil war, kann man sich schon denken, was kommen wird. Entweder machen die Entwickler einen zweiten, komplett neuen Spielmodus, in dem man gegen Alien-Bots kämpfen muss, oder sie führen es als kleinen Spielmodi ein, wie zum Beispiel das Scharfschützengefecht, was auch sehr interessant war und witzig. Aber jetzt kommt's, vor einigen Tagen wurde mit einem Editor unter die Map geschaut. Dort fanden sie dann unter Tilted Towers einen Bereich, wo man, wenn man es schafft, sich durch den Boden zu glitschen, auch rumlaufen könnte. Das ist aber nicht alles. Man fand dort nämlich auch noch das Ei aus dem zweiten Pfeil. Deswegen glaube ich, dass der Komete Tilted Towers und das Ei irgendwie zusammenhängen müssen. Und wenn das alles wirklich so passieren wird, dass der Komete Tilted Towers zerstört und dadurch eine Alien-Invasion starten wird, wäre das schon eine echt geile und heftige Erzählstrategie, die sie sich dafür ausgedacht haben. Aber einige Leute fragen sich hier zu Recht, warum überhaupt Tilted Towers und nicht irgendeinen anderen Punkt auf der Map? Hauptsächlich, da 30 bis 40 Spieler immer direkt zur Tilted Towers fliegen, weil sie dort ein schnelles Spiel und ein großes Gemetzel erwarten. Und das zerstört den Spiele-Algorithmus, da dann nur noch um die 60 bis 70 Leute auf dieser kompletten Map rumlaufen, die eigentlich für 100 Leute gedacht ist. Und aus der Sicht der Spielentwickler wäre das schon ein extremst kluger Zug. Aber wenn sie das ehrlich dann noch mit einer so nicen Story verbinden wie mit dem Kometen, habe ich persönlich nichts dagegen, wenn sie Tilted Towers zerstören. Da ich da sowieso immer verrecke, so von Anfang an. Aber was sagt ihr dazu? Und seht ihr es genauso? Schreibt es in die Kommentare, da würde ich auch gerne ein bisschen mit euch diskutieren. Und wenn euch so welche Spiele-Mythen gefallen, zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben oder geht in die Infobox und stimmt dort ab, ob ich weiter so welche Videos bringen soll. Ich sage, haut da rein Leute und immer aufpassen, dass euch abends keine Aliens kidnappen.